Das Departement Calvados ist das französische Departement mit der Ordnungsnummer 14. Es liegt im Norden des Landes in der Region Normandie und ist nach den Plateau du Calvados genannten Riffs, die der Küste in diesem Gebiet vorgelagert sind, benannt Geografie. Das Departement grenzt im Nordosten an das Departement seine Maritime, im Osten an das Departement Eure, im Süden an das Departement Orn und im Westen an das Departement Manche. Im Norden von Calvados liegt der Ärmelkanal. Der Bessin ist eine Landschaft in der Gegend von Bayeux. Geschichte Das Departement wurde während der französischen Revolution am 4. März 1790 aus einem Teil der bis dahin bestehenden Provinz Normandie gebildet. Es untergliederte sich in sechs Distrikte, den Vorläufern der Orrondissements. Die Distrikte waren Bayeux, Cain, Fallais, Lisieux, Pont, Lefe, Quai und Virey. Das Departement und die Distrikte untergliederten sich in 71 Kantone und hatten 1791 391 352 Einwohner. Hauptstadt war bereits damals zehn. Die Arrondissements wurden am 17. Februar 1800 eingerichtet. Alle sechs Distrikte wurden zu Arrondissements gemacht. Dabei wurden die Kantone neu zugeschnitten. Am 10. September 1926 wurden die Arrondissements, Fallais und Pont, Lefe, Quai aufgelöst. 1956 wurde das Departement der damals neu gegründeten Region Basse Normandie zugeordnet, die 2016 mit der Haute Normandie vereinigt wurde. Städte Die bevölkerungsreichsten Gemeinden des Departements Calvados sind Politik. Das Departement Calvados gliedert sich in vier Arrondissements, 25 Kantone und 705 Gemeinden. Siehe auch, Liste der Kantone im Departement Calvados. Liste der Gemeinden im Departement Calvados. Blasonierung, Klima, Messstation, Doville, Hinterland, 144 Meter Höhe, Tage mit Regenfällen über 1 mm, Frost, 43 Erster Frost, Letzter Frost, 14. April, Schnee, Gewitter, Hagel. Liste der Gemeinden im Departement Calvados.